Sie sehen ein Kurzvideo über unser Bauvorhaben in Enzesfeld im Bezirk Baden, Wiener Neustädter Straße 42. Begleiten Sie uns durch eines unserer Häuser. Zu jedem Haus gehören zwei Kfz-Stellplätze. Von diesen kommend betreten Sie das Gebäude über eine schöne Diele mit Platz für Ihre Garderobe. Weiter gelangen Sie in das großzügige, südwestseitig orientierte Wohnzimmer mit Ausgang zu Terrasse und Garten. Hier sehen Sie nochmals den Wohnraum, in den Sie Ihre offene Küche integrieren können. Wir kommen zurück in die Diele mit Zugang zu Abstellraum und WC mit Fenster und Waschtischmöglichkeit. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Keller mit zwei Räumen. Im kleineren sind Heizung und Waschmaschinen Anschluss untergebracht. Der Vorraum im Obergeschoss bietet Platz für einen kleinen Schrank und ermöglicht separaten Zugang in alle drei Zimmer und das Bad. Zwei Zimmer sind in Richtung Südwesten gartenseitig orientiert mit Blick ins Grüne. Durch unsere Bauweise gibt es keine Dachschrägen. Dies und die Kombination mit Fußbodenheizung erleichtert das Einrichten. Das geräumige Tageslichtbad bietet Platz für Wanne, Extratusche, zweites WC und Waschtisch. Zum Schluss noch unser drittes Zimmer im Obergeschoss, ostseitig gelegen. Wir hoffen, Sie konnten sich ein gutes Bild von unserem Reihenhaus-Objekt verschaffen. Gerne können Sie sich bei einer gemeinsamen Besichtigung vor Ort über Qualität und Lage persönlich informieren. Alles Gute! Bis zum Schluss! Ich binильно das blew. Win-No muss semiconductor mit 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 laut